noch mal hier sind wir auf stufe 44 gegner und bräutelstufe oder rang einstellen stufe 10 nicht zu versagen mit monster diesmal monster ist besser bei mir hoffentlich aber wir werden sehen kann sein dass ich wieder schnell eingehe und sonst die brücke fliegt nette englisch introduction ich glaube ich habe schon zwei bilder gesehen die sich als thumbnails bewerten könnten und wir hupfen rein in die wildnis das war laut hoffe nur für mich aber wir werden sehen wir werden sehen manche maps schauen eigentlich sehr sehr gut aus hallo da war ich doch schon mal sowieso überall aber und er hat einfach mal daneben geschlagen da kommt schon die armee von kleinen dingen und kleinkam der sowieso schnell stirbt vielleicht doch nicht nur kleinkam auch andere monster den staub zerfallen netter versuch mit dem schuss muss bedeckt er wird gleich verreckt die spezialfähigkeit rein groß ist auch schon da dann zeigt sich's aus das fühlt sich schon leichter an mit leicht aufgegradeter shotgun kann schon wieder carry an ganz wichtig kann schon wieder carry an ah stimmen bruch carrying cross gun da ist die muni Es scheint, dass sie es aktivieren wollten. Ja, das hat nicht lang gedauert. Deswegen lieben wir die Shotgun so sehr. Ich glaube, ich könnte sie umfärben auch. Das ist jetzt sogar ein Aqua-Quizier. Mit einem fragwürdigen Rotpunkt da in der Mitte. Als ob ich anziehen würde. Weil ich dich anziele. Während ich anziele. Und werde ich weiter Schaden machen. Mit Granaten. Da mein Schild auch Schaden macht, werde ich die Großen oft sehr gut entfernen. Ich wollte gerade sagen, trifft er eh nix. Weil er mich trifft. Behefen tust nix. Jetzt tränke mal nicht zu viel und schau mal, dass du es trifft. Da. Während er mich trifft. Und während er mich trifft. Sodass ich sogar nochmal eine Fähigkeit einsetzen muss. Okay. Wie viel Muni haben wir? Besser viel. Geht schon wieder werden. Ich muss mich erinnern. Ich muss mich erinnern. Nicht zu viel im Dialekt reden. Ich glaube mein Hochdeutsch wird zwischendurch schon schwer genug verstanden. Überhaupt, da ich mit dem Audio Mixen immer wieder zwischendurch Kleinigkeiten verändere. Wo ich mir nicht sicher bin, ob die es verbessern oder nicht. Im Normalfall sollte es ja besser werden. Und dann bei verschiedenen Spielen muss ich verschiedene Hintergrundgeräusche umstellen. Oh, Schutke Muni leer. Aber Kugeln sind da. Nebeln. Ne, 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 ne. Oh, der hatte noch schlechteres Ziel als der vorige. Riecht dir gar nichts. Mir ist fast schon leid. Machen wir den Kleinen weg. Kugelschaden. Und der Große sehe gerade keine Gefahr. Keine Gefahr! Jupp. Schild macht ihn zu Ende. Okay, okay. Wieder Kreisrennen. Ich werde an Cardio arbeiten. Das würde ich erst laufen, wenn ich so rumrenne. Oh. Hopp, da wollte er abfahren. Da war gerade viel im Bild. Viel Rot. Ja, schon wieder. Oh. Der Zufra. Zu farbenfroh. Keine Große. Okay. Wow. Ich stecke. Ich stecke. Wow. Das war keine gute Idee. Da wieder reinhopfen. Machen wir den mal schnell weg. Mal wieder Leben bekommen. Okay. Passt. wieder Moni leer. Au. Ist doch nicht Moni. Ja. Ah. Boah. 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 Der zweite Schlag. Immer der zweite Schlag erwischt mich. Man war kein zweiter. Genau deswegen erwischt er mich immer. Einmal hat er den zweiten Schlag. Okay. Hammer Fähigkeit rein. Oh. Schon wieder. Dann hat er den zweiten Schlag nicht. Zweiter? Nein. Kein zweiter Schlag. Der haltet viel aus, der Typ gerade. Ich hab's ja gewusst, der Weakspot ist der Po. Oh. Doch nicht. Weil ich ewig lang mit dem Typen mich herum beschäftige, sodass er mich fast besiegt. Doch mehr in den Po schießen. Cool natürlich. Oh. Gesicht. Gesicht ist auch gut. Während ich in den Po schieße. Endlich. Oh. Ich hab mich ein ganzes Mal, ein ganzes Magazin gekostet. Und ganz viele Nerven. Ah. Gar nicht schlecht, wenn ich mal die Stufe 44 besiege. Vielleicht auch mal eine Goldwaffe bekomme. Man kann hoffen. Wahrscheinlich wird die... Oh. Oh. Fliegende Gegner. Müssen sofort ausgeschalten werden. Oh ja. Alles zum Druck in die Kugel. Ja. Jetzt kommt der schwierige Teil. Alles was fliegt, muss sofort verrecken. Da kann man's gefreezed werden, nochmal ignorieren. Oh. 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 Jetzt doch füß. Wie viel wollte es den Mann noch entgegen haben? was zum teufel nein 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 raus da wow da ist ein fliegender bloß nicht treffen lassen ja ist ausgewichen bloß nicht treffen lassen da ist der große da ist noch ein fliegender hat priorität sehr schön da gibt es noch weitere und hat mich getroffen der hat mich auch getroffen wo ist der nächste fliegende der hau sind wir doch alle mal entgegen was geht ab keine fliegenden mal zur abwechslung oh der ist noch da aber der ist auch nicht das größte problem weil man Dekok hat habe ich zwei von denen habe ich drei von denen fangen wir mal an die weg zu machen fangen wir mal an die weg zu machen das ist noch nicht mal der Endpass das sind drei von denen ich habe doch so einen gefrozen ich habe es genau gesehen die weg zu machen was war es mit muni gut ich wäre bereit für bosskampf am Ende des levels bitte nicht zu viel fliegende Wasser ist zu Ende was war es keine emotionen auch wieder ein thumbnail foto werde wahrscheinlich das schierste wieder nehmen hallo jungs daneben ob sie ja fliegende irgendwo noch hat kopf wua 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 nur große gerade da da los wua 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 bevor ich ganz zurückgedrängt werde, der Denken ist gerade eh schwer, hier gehen wir aufräumen, aufräumen Zeit, sehe nichts, wegen der, noch nicht, oder, liegt da was, aber ich habe noch Glück, mal schauen, ob ich irgendwo Moni finde, there we go, I can see it, ich brauche sie, oi, kann man dann einmal Privatsphäre haben beim Moni nehmen, oh what, ich habe sie nicht bekommen, denken wir langsam voll drüber, wirklich, Moni, Privatsphäre, hallo, vielleicht darf ich jetzt Moni nehmen, will man noch schnell landen, ja, hier passt, da ziehen, weiter geht's, durchlaufen, ne, Backschaden mit Kugel, ganz wichtig, mehr Kugeln braucht das Land, Land der Kugeln, und dann der toten Mutanten gleich, gegen der, ne, passt, ein großer, verbraucht, wie der ewig lang bis er eingeht, das ist die Stufe 44 Grad, da hat man jetzt, Zombies wollte ich sagen, wo bin ich, die Monster zu ihm, da kriegt er, wenn dann, Granatenschaden, sehr gut, und auch du nicht gleich, ich hatte fast schlecht enden, wir haben da einen glücklichen Treffer erwischt, so wie jetzt Simba, er erwischt mich immer wieder, dann gleich mal in den Rücken springen, und feierhaft, suchen ihn zu beenden, ne, da kann noch mal schreien, ich hab kein Wasser mehr, Mist, und es ist Zeit für den Endboss, das sieht in der Hölle aus, ich glaube ich erinnere mich, Ah, mein Auge, Blau, Oh, ich glaube, das war wieder ein schwieriger Bossfight, ja, ja, Mist, muss ich runterhopfen, mit der Moosbedeckte, und ich bin runtergehoben, ich bin dann auch schön, schön, okay, ich bin dann kein Problem, nochmal, ja, aber, der ist ein Problem, aber er kriegt Schaden auch, schön, ich bin helfender noch, ja, da ist ein, da fliegen da, fliegen da, nein, oh je, oh je, oh je, oh, nice, oh, ich bin der Lennig, du erndert, oh, ich kasse sie, wo ist der große Grüne, jetzt machen wir die großen Halt weg, hmm, au, nein, oh, sind doch wieder Fliegende gekommen, oder, nee, diesmal nicht, immer die größte Gefahr, machen auch fies Schaden, die Fliegenden, oh, oh, nein, wo ist der Zweite, die müssen weg, da, da war noch einer, da war noch einer, oh, alle, alle fliegen weg, wenn ich auf den Boss fokussieren, keine drei Schoß, oh, ho, 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 ha, ha, sicher wieder Fliegende, oder, ich habe einen gesehen, glaube ich schon, innen, keine Fliegenden, es wird dunkel, oh, ich sehe gar nichts, was zum Teufel geht jetzt gerade ab, wo ist denn gerade so dunkel, ich mache jetzt mal das Licht an da, was, sollen auch noch, da ist Muni, kugel, hoffen, ok, mach mal Schaden, mach mal Schaden dann mal am Bosse, während ich die Zeit habe in der Kugel drinnen, boah, was sind's, was sind wir, und ich bin gefrozen, wooh, ob, gleich teleportieren, ok, einen haben wir mal, ganz wichtig, der ist der Nächste, oh, du bist der Nächste, du bist der Nächste, und du bist der Letzte hoffentlich, ich bin schon fertig, oh, jetzt hell, oh, oh, Licht, oh, 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 Gute Loot mal? Wahrscheinlich nicht. Nur viel gameplay. Ich krieg nie was Golderes. Ja, danke fürs Zuschauen und tschüss.